Jo man, jo man Leute, herzlich willkommen zu NBA Season 2022-2023-Preditions-Woche 13 meine ich Teil 1 von 3 Predictions aller Spieler live im NBA League Pass und manche auf der Zone als deutscher Kommandator. Los geht's heute um einen Washington Wizards unterlegt New Orleans Play games 101 zu 133. Dann um 31 Boston Celtics gegen Chicago Bulls. Das ganze geht 123 zu 135 aus für die Chicago Bulls. Herzlichen Glückwunsch. New York Knicks verliehen gegen Milwaukee Bucks 115 zu 133. Dann um 2 Uhr. Memphis Grizzlies verliert gewinnt gegen Sunland to Unispress 123 zu 121 nach Overtime. Dann um 3 Uhr live auf der Zone und in der NBA League Pass. Denver Nuggets gegen Los Angeles Lakers. Und das ganze geht 89 zu 110 aus für die Los Angeles Lakers. Herzlichen Glückwunsch. Und um 4 Uhr Sacramento Kings gegen Orlando Magic 123 zu 110 aus für die Sacramento Kings. dann morgen um 4 Uhr. Dann morgen um 4 Uhr. Äh um 1 Uhr. Philadelphia Seven die Sixers schlagen die Detroit Pistons 121 zu 132 zu 121. Dann um 3 Uhr. Dann um 3 Uhr. Miami Heat gegen Oklahoma City Thunder. Miami Heat gegen Oklahoma City Thunder. 132 zu 125 für die Miami Heat. dann Toronto Whip. Dann Toronto Whip. Dann Toronto Whip. Dann Toronto Whip. Und Darlene. Charlotte Hornets 126 zu 135. Dann um 3 Uhr. Utah Jazz verliebt gegen Cleveland Lank Cavaliers. 110 zu 119 nach Overtime. Dann um 4 Uhr Golden State Warriors gewinnen und zu Hause gegen Phoenix Suns 123 zu 114, Portland Duell Blazers und Aligny Oleno Magic 112 zu 115 nach Overtime und um 4 Uhr Los Angeles Clippers gegen Dallas Mavericks 198 zu 108 für die Dallas Mavericks. Herzlichen Glückwunsch! Und übermorgen um 1 Uhr die Torpisten unterliegen die Minnesota Timberwolves 102 zu 132, Washington Versatz gegen Chicago Bulls 111 zu 122 für die Chicago Bulls. Herzlichen Glückwunsch! Dann um 1.30 Uhr Boston Celtics gewinnen gegen New Orleans Pelicans 132 zu 111, Atlanta Hawks gegen Milwaukee Bucks 122 zu 135 für die Bucks. New York Knicks gewinnen gegen Indiana Bessers 101 zu 98 nach Overtime. Dann um 2 Uhr Memphis Grizzlies gegen San Antonio Spurs 121 zu 99 für die Memphis Grizzlies und um 4 Uhr Denver Nuggets gewinnen gegen Phoenix Suns 121 zu 111. Und Sacramento Kings ging just noch kurz 123 zu 99 für die Sacramento Kings. So das war's von der NBA Season 2022, Woche 14 mit den Predictions. Teil Teil 1 von 3. So wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein bisschen nach oben da, vergisst kein Abo, dann nimm uns das Glöckchen, das nicht vergessen, zockt ihr wen, dann verpasst ihr keine Benachrichtigung auf diesem Channel. Bis denner. Ciao. Ciao. … … … … …